Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archi Gaming, Flo wieder am Start, heute gibt es weitere Squad Bending Challenge, wir wollen uns heute um die 82er bis 88er Upgrade Squad Bending Challenge kümmern, ihr seht es immer noch draußen und zwar die Summer Heat Promo mit Common-Balli-Patholos-Spielern, Headliner, Shapeshiftern, natürlich Informs und auch Wants to Watch Karten, also Best of Gruppe 1, genau, Best of Gruppe 1, Summer Heat Promo immer noch am Laufen, ihr seht es, zwei Tage noch in Packs verfügbar und ja, vor einer Woche war die Upgrade Squad Bending Challenge schon mal da, da haben wir 20 Mal die Upgrade Squad Bending Challenge schon gemacht und zwar geht es heute wieder um die 82er bis 88er Upgrade Squad Bending Challenge, ihr seht es schon im Thumbnail, ihr seht es schon im Titel, wir wollen das Ganze heute zweimal wieder abschließen, letzte Woche hatten wir die schon am Start, diese beiden neuen Upgrade Squad Bending Challenges und zwar die 81 plus Doppel Upgrade SPC und die Upgrade 82er bis 88er Squad Bending Challenge, beide sind jetzt noch 5 Tage verbleibend und falls ihr so schnell wie möglich die 81 plus Doppel Upgrade Squad Bending Challenge auch nochmal mit 20 Packs hier auf dem Channel nochmal sehen wollt, dann lasst euch das gerne wissen und zwar mit einem Daumen nach oben, supportet das Video, ja, zeigt Liebe, lasst Liebe da, gerne 300 Likes so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen und natürlich gerne reinschreiben, falls ihr die Upgrade Squad Bending Challenges gemacht habt, was hattet ihr in euren Upgrade Squad Bending Challenges drin, was richtig geil ist, ja oder nein, schreibt es euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne in die Kommentare und ich würde sagen, mindestens 50 Kommentare bekommen wir hin, insofern zerstört auch gerne die Tastatur, haut in die Kommentare, was immer ihr wollt, lasst Liebe da und wie gesagt, interagiert wunderbar mit dem Video, das hilft uns schon mal kostenfrei weiter und falls ihr gerne keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, heute an diesem Dienstag ist ja schon wahrscheinlich der frische 19 Uhr Content gekommen, dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, ein Abo da, lasst uns auf dem Weg zu den 35.000 Abonnenten weiter supporten und ihr habt es eben gesehen hier auf dem Hauptsektor und wir haben schon 14 Packs von den 20 am Start, jetzt machen wir das 15. Pack hier und wir haben 5 Packs auch noch auf dem SBC Account gemacht. Zu der Squad Bending Challenge selbst, wir bekommen einen seltenen Untradable Spieler natürlich zurück, der im Rating von 82 bis 88 liegt und wir müssen abgeben, 6 Goldspieler, nee, 7 Goldspieler, sorry, mindestens 7 Goldspieler, 45 Teamspieler und Anzahl der Spieler im Team sind 11, sonst könnt ihr ganz entspannt 4 Bronze Spieler abgeben, ja und da würde ich euch empfehlen einfach Gold einzustellen, dann in eine von den Main Ligen zu gehen, ich gehe jetzt in meinem Beispiel hier einfach mal in die, ähm, sag ich schon, in die Serie A rein und da stellen wir dann ganz entspannt unsere Non-Ware Goldspieler rein, die habe ich so für 450, 500 Münzen geholt und da haben wir jetzt 7 am Start und dann geht ihr für die Bronze Spieler in eine Low Rated Liga, zum Beispiel in die Irische und dann macht ihr niedrig zu hoch und lasst euch hier wirklich die Low Rated Spiele anzeigen, die wirklich Bronze Spieler sind, sodass ihr wirklich gar keine Probleme bekommt, was das Rating, was die Teamschmie angeht, nicht das Rating, Rating haben wir hier gar keins am Start, also besser geht es eigentlich gar nicht und da guckt ihr, wie schnell oder wie am besten ihr die Teamschmie zusammenbekommt. Ja und die Teamschmie bekommen wir am besten zusammen, ihr seht es schon, wenn wir natürlich dann nochmal die Position jeweils ändern und switchen und wir haben jetzt hier am Start 59 Teamschmie, ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr theoretisch das ganze 1 zu 1 nachbauen, wir haben hier 450 für Berisha bezahlt, Ramirez 500 Münzen, 450 für Badu, 500 für Petro, dann Ostam als Erstbezahn-Travel, 500 für Radovanovic, dann haben wir für 450 Münzen am Start den Poli, dann haben wir für 500 Münzen den Saponada am Start, dann geht es weiter mit McCauley, Erstbild zertauschbar, genauso wie die anderen beiden Iren und da können wir das ganze dann abschicken, also je mehr auf der richtigen Position, umso mehr Teamschmie ist am Start, aber ich denke mal, das brauche ich euch nicht großartig noch zu erzählen. Wir schicken das ganze ab und fangen jetzt erstmal an mit den ersten 15 Packs für dieses Video und ich hoffe, das letzte Video hat euch auch schon gefallen und wie gesagt, falls ihr dann so schnell wie möglich das ganze nochmal zu 81 plus Doppel-Upgrade-SBC hier auf dem Channel diese Woche noch sehen wollt, dann gerne, wie gesagt, Wissen mit einem Daumen nach oben, supportet das Video, lasst Liebe da und dann würde ich sagen, Pack Nummer 1, let's go. Ein seltener Spieler drin, zwischen dem Rating 82 bis 88, wir werden einige Wandspieler und Walkouts bestimmt ziehen, ihr könnt jetzt mal Leertaste drücken, oh wir fangen direkt mit dem Special Card an, ist ein Inform, wenn ich richtig gesehen habe, Brasilien ist es, Stürmer, oh mein Gott Jungs, wie geil ist das denn, wir fangen direkt an und zwar mit dem 85er Andersson Taliska, das wird natürlich nice oder der wird natürlich hilfreich in Bezug auf die Squad Building Challenges, das zeige ich euch gleich nochmal, wir haben natürlich jetzt momentan draußen und zwar die Bobby Fabinho Karte, wollte ich schon fast sagen, ja die ist immer noch glaube ich draußen, aber vor allen Dingen die Fabinho Karte ist einmal draußen, also jetzt hier schon mal direkt, also das Pack selber kostet ungefähr 5.000 bis 6.000 Münzen, die erste Special Card im ersten Pack, richtig geile Sache, aber wir haben momentan wieder seit gestern die Summer Showdown draußen, da war ja letzte Woche Diaby und Boetius aus der Bundesliga am Start, oh mein Gott, Back to Back Team of the Week Jungs, Deutschland diesmal ist es RM, wer ist das denn, 86er Gnabry kommt hier um die Hecke, ja moin Jungs, 85er in Form und jetzt 86er Gnabry, wie geil ist das denn, da haben wir mal richtig jetzt schon mal die Coins aus zwei Packs rausgeholt, alter, eine richtig geile Squad Building Challenge, bevor wir jetzt weitermachen mit den Packs, kurz mal kurz hier den Summer Showdown für euch, wir haben gestern das Video dazu gemacht und zwar Phil Foden und Fabinho, ja die zwei sind noch für zwei Tage verbleibend, jeweils mit dem 83er und 84er Graden Squad, könnt ihr ganz entspannt mit den Upgrade Squad Building Challenges machen, insofern die Upgrade Squad Building Challenge liegt euch sehr, sehr ans Herz und ich meine die ersten beiden Packs, die haben jetzt so schon mal hart gegönnt, ich glaube da brauche ich euch nicht weiter zu erklären, warum diese beiden SBCs sich lohnen, die neuen Upgrade SBCs, ich finde sie mega, mega geil und sie helfen einfach sowas von weiter, diese... What? Shapeshifter im dritten Pack? Nein Jungs, das gibt es doch nicht, Kainz wird es jetzt hier vom FC, 85er Kainz, das habe ich zuerst in der Squad Building Challenge abgegeben, der kostet glaube ich auch nur noch so 12, 13, 14k, so ganz normal oder nah dran an der 85er Graden Karte, alter wie geil ist das denn, dreimal Special Karten Back to Back, hier ist die Back to Back, Alter Jungs, Special Karten Eskalation, nächstes Pack, wenn das jetzt das vierte Pack wieder eine Special Karte ist Jungs, dann bin ich raus, dann bin ich aber sowas von raus, es wird wieder Wand oder Walkout, es wird diesmal nur eine Wand und keine Special Karte, es wird Portugal, es wird ein ZM Spieler und es wird tatsächlich der 84er, jawohl, 84er Jean Moutinho, also und ich zeige euch jetzt mal, ob da er Premier League Spieler ist und dann auch 84er geratet, Jungs, guckt euch das bitte an, an die 10k kostet der gute Mann, also das ist wirklich heftig, ja was momentan 84er, 83er und so weiter und so fort kosten, aber das war natürlich jetzt schon mal ein fettes GG mit den drei Special Karten in den ersten drei Packs, alter, was geht denn bitte da ab, Jungs, was geht denn da bitte ab und hier der nächste High-Rated Spieler mit, vom RB Leipzig mit Hadeschki, äh nicht Hadeschki, Gulaschi natürlich, das war vom Bayer 04 Leverkusen natürlich der Spieler, ähm, alter, 85er Gulaschi und selbst der kostet auch wieder über 10k, 11k, Jungs, es ist wirklich bombastisch, dieses Squad Bunny Challenge, also da macht ihr definitiv keinen Verlust mit, macht davon 10, 20 Packs, schreibt mir rein, was ihr in diesen Upgrade-Sets gezogen habt und ich werde definitiv diese ganze Woche noch weiter, diese Upgrade, ja moin, was ist denn hier los, Jungs, der Headliner jetzt noch um die NR-Uni-Helke kommt, Spanien, ZDM, nein, es ist ein Once-to-Watch-Spieler, das war richtig orange, hat es mal eingezeigt, es wird ein Once-to-Watch-Spieler mit Rotary als 85er, alter, Jungs, was war das jetzt, 5 Packs und 4 Special Karten, oder was, oder 6 Packs und 4 Special Karten, alter, alter, was ist denn hier bitte los, Jungs, Special Karten-Eskalation, aber sowas von, mal gucken, wie das Ganze weitergeht, wir haben ja noch 9 Packs jetzt am Start, plus 5 noch auf dem SBC-Account, um die 20 zu kompletieren, hier jetzt der erste Nicht-Wand- oder Walk-Out-Spieler am Start, mal gucken, wer es wird, alter, ist das krass, 82er Jesus Navas und den habe ich schon vor ein paar Tagen gezogen und ich sage euch eins, ihr glaubt es nicht, dass der auch, guckt euch das mal an, einfach wegen der Position kostet der auch so seine 4, 3,5 K und ich habe den schon leider untradable am Start, dürfte es sein, ja, also das ist Wahnsinn, selbst 82er Karten werden in die richtige Position haben und aus einer ordentlichen Liga kommen, selbst dann, zuletzt war Anautovic, ja, habe ich ganz random im Stream bemerkt, Anautovic war bei 9000 Münzen, ein Anautovic, 82er Anautovic, der ist jetzt immer noch bei 4K, habe ich vorhin mal nachgeschaut, also Wahnsinn, Oedegaard dürfte ich auch schon untradable haben, ist tatsächlich der Fall, also jetzt zweimal Back-to-Back-Liga-Untradables, die ich schon hatte, jetzt noch 7 hier auf dem Haupt-Account, alter Falter, was ist denn bitte hier los, nächste Wand- oder Walk-Out? Die nächste Special-Karte, es wird ein Walk-Out, UCL-Walk-Out, alter, was ist denn hier los, es wird tatsächlich Tadic und das ist mega gut, das ist mega, mega nice, vor allen Dingen, weil er sich linken lässt, zum Beispiel zu einem Unana, den dürfte ich auch an Shale-Level noch am Start haben, den Unana, der kostet auch 10 bis 15k, der Unana und er hier auch tatsächlich, die Tadic, 84er Tadic-Karte, einfach 10k. Jungs, es ist wirklich bombastisch, also ihr müsst dieses Quad-Planet-Challenge einfach abschließen, weil sonst auf dem Transfermarkt müsst ihr wirklich mega viele Coins dafür zahlen, hier der nächste Spieler, der kein Wand- oder Walk-Out wird, aber Jungs, wir müssen wirklich sagen, bis jetzt können wir uns definitiv nicht beschweren, der nächste der Liga 82er, wieder eine toppe Position als Innenverteidiger, kostet auch mindestens 5k, definitiv der Tadic und jetzt noch 5 auf dem Haupt-Account, was können die gönnen? Weitere Special-Karten, yes oder no? Yes oder no, das ist hier die große Frage, hier wieder kein Wand- oder Walk-Out, können wir skippen und wie gesagt, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, die Zeit hat sich gelohnt, die ich bis jetzt hier schon mal in die Packs rein investiert habe, es hat ein bisschen Zeit auch gedauert, die Packs zu bilden und ja, umso heißer bin ich jetzt noch auf eure Packs, also schreibt mir rein, was ihr gezogen habt und der ist der Walk-Out, der erste richtige Walk-Out am Start und dann macht nicht diesen, oh mein Gott, Jungs, ich habe fast gedacht, CR7 kommt jetzt um die Ecke, aber das ging natürlich gerade gar nicht, fällt mir gerade ein, wegen der Upgrade-Squad-Building-Challenge, ist ja nur bis 88er greatest, ich war gerade in der 81 plus Doppel-Upgrade-Squad-PC, aber selbst hier ein 87er Bernardo-Silver, 25k mindestens, richtig geile Sache und damit sind wir schon big, 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 ganz, ganz groß, ganz, ganz groß im Profit mit drin, ja, geiler geht es gar nicht, Jungs, besser geht es kaum noch und die nächste Special-Karte, was ist hier los? Komm, wir wollen die Patronen-Spieler, komm schon, bitte haben Rating, bitte haben Rating, Linksverteidiger wird es hier, 87er-Mena, habe ich den schon am Start oder war das auf einem anderen Account? Nein, habe ich noch nicht, perfekt und der kostet halt auch einfach seine 25k mindestens, krass, einfach nur heftig und jetzt noch zwei hier auf dem Haupt-Account und dann geht es auch straight rein in die letzten fünf auf dem SPC-Account, wieder Wand oder Walkout und diesmal wieder, nein, kein Walkout und keine Special-Karte, ja, es wird ein Wand-Spieler immerhin, oh, Jungs, ja, das willst du sehen, wenn du keinen Walkout siehst, willst du das sehen und zwar eine 85er-Gehaltete Karte, alter, was ist denn hier mit den Paxos, Jungs, die sind einfach wirklich so OP, diese Upgrade-Squad-Banny-Challenge ist einfach mega OP, 20k kostet einfach ein James-Rodriguez und jetzt das letzte hier auf dem Haupt-Account, komm schon, EA, hau raus, hau jetzt richtig raus, nein, leider kein Walkout, wen haben wir am Start, wir haben 83er, Ika Garcia ist am Start und selbst 83er durch die Summer Showdown, aber das ist schon am Trailble, auch die war's teuer und damit rein in die letzten fünf Pax. So, Freunde, und da sind wir zurück, wie gesagt, fünf weitere Pax von der 82er-88er-Squad-Banny-Challenge, die jetzt uns hier noch erwarten, und bis jetzt muss man ganz klar sagen, es ist eine Top-SPC, ja, also mega geile Geschichte, auch wenn wir jetzt hier mit keinem Wand- oder Walkout weitermachen, aber ich kann es mich nur wiederholen, ich empfehle euch diese Squad-Banny-Challenge auf jeden Fall, 82er-Dost kommt jetzt hier um die Ecke, aber selbst der wird seine Coins auf jeden Fall auch kosten, als 82er-Gerater-Spieler, es müssen ja noch 83er- oder 84er-Gerater der SPCs um die Ecke kommen, damit wirklich diese 82er bis 83er auch dann lohnen, und jetzt haben wir 82er-Lingard am Start, und ihr seht es, selbst der bringt seine 4-5k ein, also wie gesagt, das ist wirklich richtig, richtig nice, prozentual, ich kann schon gar nicht mehr reden, Jungs, kommen ja auch die High-Rated-Spieler natürlich aus Top-Ligen, und da ist die nächste Special-Card am Start, Jungs, Frankreich diesmal, Innenverteidiger, und es wird tatsächlich hier Theo Hernandez, der um die Ecke kommt, also von FC Bayern München der 84er Hernandez, Alter, wie geil ist das denn, Jungs, wirklich Special-Karten-Eskalation, Lukas ändern, das natürlich, Theo ändern, das habe ich ja, glaube ich, eben gesagt, also, kostet auch nicht mehr viel, logischerweise, weil er natürlich jetzt schon zwei Wochen lang, glaube ich, zu ziehen war, aber nichtsdestotrotz, nächste 84er-Karte am Start, Special-Karten-Eskalation on point, die Frage ist, ob das so weitergeht, also, zeigt Support auf dem Video, Jungs, wirklich, es hat sich ja mal mega gelohnt, hier, 82er Big League, der jetzt um die Ecke kommt, und jetzt noch, last but not least, Pack Nr. 20, was haben wir im letzten Pack, Wanto Walkout, nein, sieht nicht danach aus, und jetzt können wir mal gucken, was so 82er kostet, beispielsweise, Stürmer, 82er William José, aus der La Liga, gucken wir da mal beispielsweise rein, ähm, Stürmerposition, jetzt seht es, ja, selbst der kostet tatsächlich auch seine knappen 5.000 Münzen, also, selbst 82er-Rated-Karten, wenn ihr wirklich das Schlechtes zu Verpflichten zieht, können da richtig große Fische dabei sein, und insofern sollte es mit dem Video gewesen sein, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn das der Fall ist, wie gesagt, zeigt Support, lasst Liebe da, mit einer Bewertung, mit einem Kommentar für den Algorithmus allein schon, und damit reingehauen, bis zum nächsten Video, euer Flo von ArchieGaming, Ciao Leute!